Im TV-Studio darf ich jetzt folgende Gäste begrüßen. Herrn Dr. Berthold Ammann, Tagungspräsident der Deutschen Gesellschaft für Angiologie sowie Facharzt für Innere Medizin, Angiologie und Diabetologie am Franziskus Krankenhaus in Berlin, also in meiner Heimat. Sie sind dort Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und als zweiten Gesprächspartner Herr Dr. Michael Eckert, Internist, Endokrinologe und Diabetologe, Chefarzt in der Diabetesklinik in Bad Nauheim sowie ärztlicher Leiter des Universitären Diabeteszentrums Mittelhessen in Gießen. Schön, Sie beide jetzt hier bei mir zu haben. Unser gemeinsames Thema ist ein gemeinsamer Schwerpunkt der DGA und DDG, nämlich das Thema Innovationen in der Wundbehandlung, Kaltplasma, Vampirtherapie und Co. Was können wir erwarten? Herr Eckert, ich beginne mit Ihnen. Und die erste Frage, die ich habe, ist so ein bisschen, wir reden hier vom Diabetischen Fußsyndrom. Worüber reden wir überhaupt? Das heißt, gibt es eine allgemeingültige Klassifikation? Naja, eine allgemeingültige Klassifikation gibt es eigentlich nicht, aber es gibt natürlich ein wesentliches Moment, was diesem Diabetischen Fußsyndrom zugrunde liegt und das ist die neuropathische Störung, die Erkrankung der Nerven, die was mit Durchblutungsstörungen zu tun hat, der Kleingefäße. Und das ist die häufigste Folgeerkrankung des Diabetes überhaupt. Häufig sogar schon vorhanden, wenn der Diabetes noch gar nicht bekannt ist. In dem Moment, wo 50 Prozent der Patienten, wo ein Diabetes bekannt wird im Erwachsenenalter, haben schon Folgeerkrankungen. Und durch diese Nervenstörung kommt es zum Verlust von Wahrnehmungen, die wir gesunde, als schützende Wahrnehmung haben. Das ist Schmerz, das ist Druckempfinden, das ist Temperaturempfinden. Und die Patienten, denen das verloren geht, sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, hilflos ausgeliefert der Druckschädigung. Die werden sich falsche Schuhe anziehen, werden nicht spülen, wenn sie sich verletzt haben. Was machen wir, wenn wir uns verletzen? Und zwar sofort schmerzreflektorische Schonhaltung. Werden die Patienten nie machen. Die Patienten kommen zu Herrn Ammann auch nicht rechtzeitig. Warum? Weil sie gar nicht merken, dass sie eine Durchblutungsstörung haben. Wer keine Nervenstörung hat, aus anderer Ursache eine Erkrankung, der Gefäße hat und Durchblutungsstörung der Beine bekommt, der wird es merken. Der wird sich melden, weil er beim Laufen Schmerzen in den Waden oder in den Füßen bekommt. Und unsere Patienten mit dem Diabetischen Fußsyndrom, mit der neuropathischen Störung, also der Nervenerkrankung, die werden genau das nicht tun. Deswegen kommen sie in der Regel spät, meist sogar zu spät. Und deswegen ist es so dramatisch. Gibt es Patienten, auf die wir besonders achten müssen, das heißt, die ein besonders hohes Amputationsrisiko haben? Das sind insbesondere genau die Patienten, wo dieser Verlust dieser schützenden Wahrnehmung da ist. Und wenn dann noch andere Faktoren dazukommen, sei es Alter, sei es Sehstörungen, sei es Gebrechlichkeit, Multimorbidität, also andere Erkrankungen wie Herz- und Kreislauferkrankungen, Niereninsuffizienz, Nierenkranke Patienten insbesondere, die haben ein besonders hohes Risiko. Oder auch, das sieht man auch, Sozialisationsstatus sozusagen, Patienten, die alleine sind, wo kein Partner da ist, der sich dann kümmern kann, der vielleicht hilft, dass einem plötzlich dann doch eben rechtzeitig auffällt, da stimmt was nicht mit deinen Füßen, was der Patient selbst nicht merkt. Lieber Herr Amann, ich würde jetzt mit Ihnen so gerne ein bisschen in die Leitlinien schauen. Patient hat einen diabetischen Fuß. Wie sieht die leitliniengerechte Wundversorgung aus? Die leitliniengerechte Wundversorgung sieht so aus, dass man natürlich die Ursache identifiziert und die Ursache bekämpft. Nach den Prinzipien DIR, Druckentlastung, denn der Druck ist die häufigste Ursache, der muss weg, sofort. Infektionsbekämpfung, wir sprechen hier von offenen Wunden, das heißt, die sind fast immer mikrobiell superinfiziert. Wir sprechen von der Revaskularisation, wenn eine Durchblutungsstörung vorliegt, das sind 40, 50 Prozent der Fälle beim diabetischen Fußsyndrom der Fall. Und wir schauen dann eben, dass wir so wenig wie möglich, am besten gar nicht, aber wenn es nötig ist, so wenig wie möglich amputieren. So, das ist in Kurzfassung die Standardtherapie, die auch in den Leitlinien so mit vielerlei Ramifizierungen, aber basically so niedergelegt ist. Also ich denke, das ist ganz besonders wichtig auch für die Praxis, weil wir ja auch immer mal wieder erleben, dass viel einfach wirklich nur Wundversorgung gemacht wird. Also mit modernen Wundauflagen, dann sind wir ja schon relativ weit, aber dass eben wenig breiter geguckt wird und man wenig auf Begleittherapien achtet. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Ich pflege immer zu sagen, das diabetische Fußsyndrom ist mehr als nur eine Wunde am Fuß eines Menschen mit Diabetes. Deswegen muss man es auch global betrachten und ursächlich behandeln und dann spielt die Wundversorgung eine Rolle, schon eine wichtige, aber eben eine im Gesamtportfolio dessen, was man tun muss. Der schwarze Zeh ist die Spitze des Eisbergs. Wir haben schon in der Überschrift unseres Interviews ja so ein bisschen über Innovationen in der Wundbehandlung angeteasert. Meine Frage an Sie, sehen Sie in neuen Therapieansätzen echte Innovationen oder besser in welchen sehen Sie echte Innovationen? Das ist jetzt tatsächlich eine ganz schwierige Frage, denn wie ich es eben gesagt habe und auch Herr Eckert nochmal bestätigt hat, erst einmal müssen wir die Wunde nach den erprobten Standards therapieren. Und wenn das nicht getan ist, dann brauchen wir gar nicht über Innovationen reden, denn da fehlt es an der Standardtherapie. Und leider, leider ist das eben noch nicht immer überall so, dass eine Wunde am Fuß, die wir als diabetisches Fußsyndrom bezeichnen, leitliniengerecht behandelt wird. Wenn man das getan hat und sicher ist, dass man tatsächlich alle diese Punkte abgearbeitet hat und die Wunde heilt dann doch nicht, dann, aber wirklich erst dann ist es Zeit, sich über moderne oder sagen wir mal unkonventionelle Wundtherapien zu unterhalten. Und ich sage auch, was dazu gehört ist, dass ein Spezialist oder eine Spezialistin für den diabetischen Fuß den Patienten vorher gesehen hat. Es bringt keinem etwas, wenn neue, möglicherweise erfolgversprechende Wundtherapien auf ein überhaupt nicht sauber gemachtes, deprediertes Ulkus am Fuß gelegt werden. Das heißt, dann und nur dann, wenn das getan ist, dann können wir darüber reden, ob wir eine Zelltherapie machen. Stichwort Natural Bypass, wir nehmen Vorläuferzellen aus dem Knochenmark oder aus dem Blut des Patienten, isolieren die und spritzen sie dann in den durchblutungsgestörten Fuß. Also wir reden jetzt über das angioneuropathische diabetische Fußsyndrom und wollen damit kleine Äderchen, kollaterale Äderchen zum Wachsen anregen. Dann kann ja Sauerstoff rein und die Wunde kann abheilen. Das ist eine schöne Theorie, funktioniert leider nicht bei allen Patienten, wo man es macht. Aber das Gute ist, dass diese Therapie nebenwirkungsfrei ist. Die kann man auch wiederholen, wenn sie denn angeschlagen hat. Das ist noch nicht in den Leitlinien. Das ist eine Therapie, die selten angewandt wird, muss man auch sagen. Denn wir können heutzutage mit den Operationen und den Interventionen in den Beinschlagahnen sehr, sehr gut, nicht bei allen, aber doch sehr, sehr viel besser als vor 10 oder 20 Jahren gar, die Durchblutung verbessern. Und auch da gilt, bevor man nicht alle Möglichkeiten der operativen oder interventionellen Katheterinterventionen ausgeschöpft hat, muss man gar nicht über solche modernen Therapien reden. Ich bin ein großer Verfechter der Zelltherapie, setze die auch gerne ein, aber eben nicht häufig. Warum? Weil in Zentren jeder Patient einen Revaskularisationsversuch bekommen sollte, wenn es sich um eine Durchblutungsstörung als Ursache handelt. Und manchmal auch zwei Revaskularisationsversuche. Und dann erst die Amputation ansteht. Und die Expertise ist in Zentren eben halt einfach höher. Ein Patient muss von einem Fachmann am besten in einem Gefäßdiabeteszentrum gesehen werden. Und dann erst können wir über moderne Wundtherapie reden. Oder moderne Verfahren der Revaskularisation, die noch nicht so anerkannt sind. Der Tenor unseres Gesprächs war ja, ich fand diesen Satz von Ihnen so wunderbar, der diabetische Fuß ist nicht nur eine Wunde am Fuß, sondern wir müssen das komplex sehen. Wir müssen das auch interdisziplinär angehen. Und die letzte Frage möchte ich gerne an Sie beide stellen, so aus Ihren unterschiedlichen Sichtweisen. Nämlich in welcher Weise ergänzt sich die Diabetologie und die Angiologie in der Versorgung von unseren Patienten mit diabetischem Fuß? Wer immer zuerst? Also ganz klar, Beine werden in Deutschland amputiert bei Diabeteskranken und zwar 30.000 Mal im Jahr. Und warum? Weil die Durchblutung schlecht ist. Das heißt, der Facharzt, die Fachärztin für die Durchblutung, das ist der angiologische Facharzt, der muss bei jedem diabetischen Fußsyndrom eigentlich konsultiert werden, wenn es irgendwelche Zeichen dafür gibt, dass die Durchblutung eingeschränkt ist. Und damit kann man tatsächlich Amputationen verhindern. Frühe Diagnosestellung der Durchblutungsstörung verhindert Amputationen. Und da kommen wir Angiologen ganz weit vorne und ganz früh auch im Kontext des diabetischen Fußsyndroms ins Spiel. Seitens der Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß der DDG sind wir ja jetzt seit fast 30 Jahren unterwegs und zertifizieren Behandlungszentren. Warum machen wir das? Weil von Anfang an die Grundlage war, es ist ein interdisziplinäres und ein interprofessionelles Setting. Und es ist nicht der eine oder der andere, wir brauchen uns gemeinsam. Und dazu gehört noch ein erfahrener Gefäßchirurg, dazu gehört ein erfahrener Chirurg, der auch Fußchirurgie kann. Dazu gehört Orthopädietechnik, dazu gehört Podologie, da gehört Wundexpertise dazu. Wir brauchen uns gemeinsam, sowohl die internationalen, als auch die nationalen Daten lassen überhaupt gar keinen Zweifel, dass es sinnvoll ist und wichtig ist, um Amputationen zu vermeiden, um Wunden zu heilen, tatsächlich frühzeitig solch ein abgestimmtes Konzert sozusagen zu spielen und den Patienten möglichst frühzeitig in so eine abgestimmte Behandlungseinheit zu bringen. Patienten kommen oft durch Eigenbehandlungen oder auch anderweitig durch Vorbehandlungen, die nicht adäquat sind, wo viel zu viel Zeit verloren geht. Und dann sagen wir oft, ja warum jetzt erst? Ganz lieben Dank an Sie beide, dass Sie den Weg zu uns hier ins Esanum-Studio gefunden haben. Danke auch für den Appell, wie wichtig das Gemeinsame in der Medizin auch gerade beim diabetischen Fuß ist. Und ich wünsche Ihnen beiden morgen noch einen wunderschönen Kongresstag. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Vielen Dank.